Okay, ich hab mir gar nichts zu dir. Willkommen zurück zu einem... Zurück zu... Ja, passt... Geil zu start! Jawohl! Nein! What the fuck? Ey! Nein! Du Spasti! Du Spasti! Du Spasti! Ich bin tot! Loil, haben die uns jetzt gerade gefickt alle. What the fuck ist da gerade passiert? Wir mussten ja unbedingt facen. Mussten wir ja nicht, wir haben uns doch versteckt, aber die haben uns trotzdem ausgeräuchert. Ja, ja. Ja, ja, ist mir scheißegal, was du erzählst. Du hast gefacet. Warum haben wir auch schon Damage gemacht, Alter? Wenn wir beide innocent brimsen... Brimsen! 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 Jetzt seid aber ruhig! Oh! Oh, Peter! Da warst du fast selber dran. Oh nein! Wow, Peter! Du Lappen! Rampo ist mein Partner! Ich will Fisswappen! Ich will doch hinter dir, du Ficker! Ich versteh schon! Ich versteh schon! Man hat halt einen Punkt, den... Oh! 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 Du Murmel! Du Murmel! Ey Johnny Maul, Spaß weil das heute mit ihr los ist. Bin ich hier schlafen oder so! Das kiff ich mir gar nicht. Ihr Team ist einfach mega, verwirrt. Die ganze Zeit schon. Du Murmel! Genau, und äh ganz viele von diesen Online Ständen mit Hrmmmmmmmmmmmmrrhrr, ne? Vielleicht kann ich auf der Zarif LOL! Ich bin...tot. Wo tot? 36% Leben. Okay, komm mal wieder her. Alter, ich hab mir das Fahrrad angeguckt, man! Ich bin tot. Haha, James, war mir aufgefallen! Was ist denn das für ein Bullshit? Das Fahrrad hat mich aufgespießt! Wofür sind eigentlich diese Two Points? Weiß ich immer noch... Scheiße, Mann! Hast du gerade erst abgefragt, wofür die Jutons sind? Nein, jetzt hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich bin bei dir, ich stehe hinter dir. Okay, wohin? Bram, Kuschel, Fisk, Bram. Alles klar, Bro. So, komm, ich wollte nur mit dir reinkommen. Da, zack! Oh Gott! Hey, hinterher, Bram! Ja, easy. Das war B waschen. Da ist ja schon blau drauf. Ich seh nichts, wer hat mich denn jetzt hier geflasht? Weiß ich nicht, aber ich hab ihn gekillt. City. Bram, Blendgranate ist raus. Alles klar. Scheiße. Ups. Da ist er, da ist er! Joker! Loll! 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 Was hast du denn gemacht? Warte! Wo, wie, wo, wie? Also ich das mal einfach nur, wie? Was hast du getan? Eventuell habe ich deinen Fagen vorher präpariert. Mit einer Haftbombe. Na vorher? Alter, du Cheater! Gibt's hier irgendwie noch einen Speed oder so? Ich check das nicht, wie man das machen kann. Ja, wir können ja mal versuchen, A zu echoen. Brauch mal ne Smoke. Also ich bin A auf den Arsch eigentlich immer. Scheiße, ich... Nein! Schreib ich! Oh Gott! Ich hab voll Parade gekriegt auf einmal. Durrbatten hat mich gekillt. Mich hat wie so 68 gekillt. Das find ich nicht gut. Scheiße, das kann ich nicht bei meinem Partner spot. Boah, Alter, jetzt haben die den Punkt erobert. Alles klar. Alles klar. Ja, wir erobern den einfach zurück jetzt. Was macht ihr denn da für eine Scheiße? Warte. Hier ist ein Fisch. Oh mein Gott! Der will in die Freiheit! Der Fisch will in die Freiheit! Bei mir fliegt der hier gerade übers Land. Geil! Wo ist mein Bro? Hier, Bro! Oh Gott! Wo ist mein Bro? Franz! Fein, fein! Da klatscht der Peter. Warum haben wir eigentlich gar nicht für Bram, der mich kaputt geflasht hat? Ich hab dich nicht kaputt geflasht. Wieso haben wir da noch ein Team? Wieso haben wir nicht da noch ein Team? Hab ich oder du nix gesehen? Was? Ich hab nix gesehen. Ich mag Logitech. Was denn für ne Logitech? Ja, sag ich doch. Oh. Ist da ne Bombe explodiert Peter? Hast du dich selber nicht gesprengt? Hoppala! Scheiße. Ich hab keine Points mehr. Was mach ich denn jetzt? Du bist da Kompetenz am Start. Was ist das? Ah! Ben Junge! Damit hab ich nicht mehr gerechnet. Okay. Wie nutzen wir die Kohle denn jetzt vernünftig? Wir sind gerade unkonstruiert. Wir sollten glaube, falls wir A angreifen wollen, müssen wir erstes mehr durch. Warte! 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 Ja aber die sind sehr stabil. Naja. Was sag wie sie? Warte immer. So! Das sind abgefuckt von mir. Ich weiß! Komm schon Fisch du schaffst es, ich glaub an dich, jawohl, geiler Fisch, woher brauchst du unbedingt nen Zentorno für, ich sag, FUCK OFF, DU HUHRENKIND, hoch, hab ich Pedervo rausgeschobbt. Der chillt ja auch ganz schön ab, der Dude. Komm, tu wahrscheinlich kurz. Was, was, du willst mir den Schwanz lutschen? Alles klar, wenn du was möchtest, ist das okay. Der hat dich mal in deine Richtung geguckt, weißt du? Bei mir, guck dir. Ey, die sind übrigens beide innocent. Scheiße. Na, Peter, echt jetzt? Wow, alles klar, ich mach dir auch. Ich mach halt das ganze Team, Peter, ist auch kein Problem. Wo ist denn, Sepp? Ja, nicht nur einer. Ich rock jetzt von oben auf, ne, ich räum jetzt von oben auf. Rock du mal von oben rauf. Könnt ihr euch mal anstrengen, ey. Was willst du denn, wir gewinnen doch. Alle neutral. Ich hab ja nicht einmal versucht einzuziehen. No. Ja eben, das ist es nämlich, du hast nicht mal versucht einzuziehen. Ja, ich konnte nicht. Ich hab nicht mal versucht einzuziehen. Und dann hat keiner angebissen. Dann ist das eine Schwanz. Es hat nicht einer angebissen. Dann ist einfach keiner angebissen. Dann ist einfach keiner angebissen gewesen. Ach, leck mich da. Ja, Johnny tut mir halt leid, dass ich letzter bin. Ja, aber ich hab halt nur auch noch nicht versucht erster zu werden. Ich hab's auch noch nicht versucht. Erstmal A lang flashen, damit die denken, wir kommen da pro Taktik. Mitte, oder? Ich bin für A lang. Kommt mir, da wir stehen dir gut. Ich brauch dich, ich brauch deine Fist in meiner Bump. Alles klar. So schieß ich. Nice one. Reicht, zählt. Ja, nur ich hab die halt gelegt. Das ist das geilste. Erst verrät er seinen Traitor-Kollegen. Und dann kriegt er davon noch auf die Fresse. Weißt du, ich als Traitor erkenne ne... Ach. Whatever. Ich auch. Da ist schon wieder Traitor. Das stimmt nicht. Christian, pass auf. Das stimmt jetzt aber nicht. Ich hab ein... Ich hab ein... Ein tägliches Problem. Mein Wagen ist leider. Komm ich in der Luft weg. Ach du Scheiße. Ich hatte 8 Reifen ganz von Anfang bis Ende. Äh, 8 Runden durchgehalten. Ja, 8 Reifen. Der Spinnenwagen. Alter. Jetzt mich verarschen. Der liegt da nur drauf. Hast du doch einen Lattenschuss. Warum? Der kann mir ja auch zum Gefängnis werden. Zum Gefängnis wird der werden. Der wird immer auch so zum Gefängnis, Alter. Oh, da geht's nochmal. Nächste Sprungranze. Äh, Sprungranze. Sprungranze, Alter. Sprungranze, Alter. Sprungranze. Wie geile Sprungranze. Oh, 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 oh. Ich geb dir Hilfe. Ah, oh. Ja. Oh, jetzt bist du umgefallen. Aber du kannst mich wieder aufstellen. Das Problem ist, egal. Ich bin ein Stehaufmännchen. Hochschafmännchen. Hoooooo! Eventuell hab ich grad in den falschen Bereich gewackert! Weißt du, so entstehen die ganzen Rohrbrüche, Peter. Was kannst du denn nicht sagen? Alter, Karrier! Sag die nächste Lanze. Oh mein Gott, hey! Alter Peter, bram, was ist los? chase your stick! Du hast Inventariats angeguckt, weißt du? La-la-la-la! Echt mal, was soll'n denn anziehen? Was soll'n denn anziehen? S tills Additionally in ca. wirklich ihr wichser ausnahmsweise kriegst du trotzdem noch fest der rennt wieder zurück durch die durch den tunnelgang sehen sie jetzt wie man nicht counter-strike go spiel bei brammen das war eine motivation ups jetzt bin ich gegen das mikrofon gekommen also was du das einzige was du vielleicht nur wirst du sagst der french counter-strike macht zwar leute schon aber gibt keine punkte weil der zählt als wärst du runtergefallen ja ach so ok die ranze ist voll übel ja dann stimmt der laden ist dies echt schon WHAAAAT WHAAAAT oh voila ok wir haben jetzt 2 wir haben jetzt 3 Avis jawoll das haben wir das haben wir wir holen jetzt ein können wir jetzt mal A gehen ok E B was da ich komm ich hol nur einen und dann komm ich mit der Turm ist gut gegen den ATSC der Turm ist voll stark hilft uns wir haben ja keine Viecher du kleine Uhre jetzt werde ich sterben weil ich keine Fist bekommen hab oh 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 was ist denn da passiert gerade Alter wir haben schon wieder einen punkt verloren das sieht doch gut aus ja ok Bram ist drauf LOLL 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 du mieser Slug LOLL 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 warte mal dann jetzt zu der Mixaktion von dir waw das hat funktioniert geil ok bei mir wackelt die Ladung zwar immer noch so ein bisschen durch die Gegend aber aber nicht so oh holy shit WTF ok im nächsten Mal also da kann ich jetzt aber NOOOOO Hilfe J-Dip gerne Leute, schalalalala Ich dip gerne Leute, schalalalala Mann, Spaß. Hat mich zu sehen. Alter. Ich dip gerne Leute, schalalalala Ich weiß, das ist so voll geil, so unser Ding immer. Wenn man auf einmal aufhört zu reden, weißt du? Na, das hat jetzt nicht geklappt. Ja, das hat jetzt auch nicht mehr geklappt. Ja. Die Skills. Scheiß, werde ich da hingehen. Alles klar, ich gehe da hin. Moment, 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 ey, warte mal ganz kurz. Moment. What the fuck? Du musst nochmal Waffe wegschmeißen. Geiler Scheiß. Das könnte natürlich sein. Du klappst mal wieder nur ein Spaß. Ja, guck mal, da kann nix, ey. Ja, ja, gar nix. Einer ist lang. Ich habe ihn jetzt. Du musst ihn lang. Ja, kurz. Ah, Richtung. Achso, die Mitte. Weiß ich nicht. Loool, wo ist denn jetzt der... Der Bagger hin? No, was ist denn? Alter, der Bagger ist auf mir. Wow. Bagger hat Spaß. Bagger freut sich. Bagger freut sich. Peter? So, welcher verkackte Wichser zieht sich denn ein Schweinskostüm an und rennt durch die Gegend? Auf zwei Beinen. Das ist jetzt die Frage. Scheiße. Das ist der ATS-Ding. Boah, boah, go, go. Hä? Ja, aber dafür muss Zeit sein. Dafür ist Zeit. Zu der Entspawn wieder. Easy, easy game, Alter. Nein. Wer weiß doch, wenn du stirbst, weißt du, er legst da noch ein Ei, das weiß doch jeder. Guck mal, weißt du, wie alle einen Stopp fahren? Doch, da unten, die Luschen. Die fahren zwei Stopps. Fick dich. Nein, hier unten die Luschen. Ganz unten. Arthur kann dir auch nicht helfen. Oh, fuck. Arthur? Oh, fuck. Was machst du da, Peter? Das war meine Fress, Alter. Peter ist ein bisschen inkompetent. Dann, wie gesagt, wir danken uns natürlich an dieser Stelle für's Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich bin später ausgefloben. Und lass doch ein Däumchen da für die Bewertung. Und, äh, ja, sonst noch was? Du stinkst. Natürlich auch von meiner Seite vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich würde mich natürlich auch wieder über eine Bewertung von euch freuen. Dies gerne in den Kommentaren oder als Daumen hoch, Daumen runter. Ansonsten habt ihr gemerkt, dass die Folge heute wieder ein wenig kürzer war. Das finde ich einen angemesseneren Zeitraum als die 30 Minuten. Also, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ich kann dir noch nicht raus. Ich kann dir noch nicht raus. Warum schuldig?